Gleis 15 Einfahrt S5 nach Karlsdorf. Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S5 nach Karlsdorf über Friedrichstraße, Ostkreuz. Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S5 nach Karlsdorf. Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S5 nach Karlsdorf. Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S5 nach Karlsdorf, Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S6 nach Karlsdorf. Norddeutscher Rundfunk